ein wunderschönen guten tag mein namen special ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren folge mittelalterische dynastie so wir gehen heute ein quest machen schließt die nachbarn ab 1 von 3 erfolgreiches flirten ja wenn der profi denn probieren wir aus profi genau probieren wir versuchen es dann guck doch mal an da ist die au wieder und da kommt er klar und natürlich als sogar auch und haben die auch doch nicht so wir wollen platten komm her kind mit dem ich auch nicht werden Ah komm her, Patsch, das ist gut, ich möchte dir etwas sagen, schön rauh. Warte mal, jetzt kenn ich dich. Warte mal, ich kenne dich noch, ich guck noch, ich hab mal, wenn ich dich nicht untersuchen muss. Habe ich gehört, der Post, deine Alkohol. Warte mal, bitte. Ja gut, wenn du dich mit mir quatschen willst, dann leck mich doch. Soll ich mir eine andere? Dann lass es doch, bleiben. Was geht ab? Mir geht gar nichts, ja toll. Ja, gut. Gucken wir mal, wo sind denn, hier die ganzen Frauen. Gucken wir mal auf dem Feld. Hallo. Da ist doch, da ist doch, da ist doch, da ist doch, da ist, da ist doch, da ist doch, da ist halt, stopp. Ich muss mit reden. Hallo, sind 20, oder? Guck mal, mach mal, okay. Tut mir leid, ich kenne mich. Tut mir leid, ich bin Freireite. Verdammt, das ist kein Grund. Das ist nur ein Hindernis. ähm, hast du nun Zeit? ähm, ja die Stimme zu ok, auf Wiedersehen ha, kaputt helfe, heiratet sich kann lieber sein ach so, sag mal äh, nun ist es traurig, kannst du nicht einfach einen neuen kaufen ja, mach ich weiter ja, was denn Lieferbiss hey, einmal was Trinkslauch Lieferbiss ein Trinkslauch, kann ich den Trinkslauch mal da habe ich den hier Trinkslauch das ist ein Trinksong Oh Oh my God das ist ein Trinksong Das ist ein Trink Irmamo Putz-Kungian Irmamo Putz-Kungian Irmamo Kempen Irmamo Putz-Kungian B Nipp Nu? 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 Ja, ich trinke schon, wirst du auch wagen? Nein, ich will nicht. Na ja, kurz mal in den Übungsinn gucken. Ich weiß, dass es nicht so leicht ist. Ich weiß nicht, wie es nicht so leicht ist. Ich weiß nicht, wie es nicht so leicht ist. Soll es noch eine andere Seite, wenn man das Beste geht. Nach dem Gehen wir die Schmerzen-Geräusche. Sie haben eine andere Seite, die wir jetzt haben. Sie sind die Schmerzen-Geräusche. Er ist nicht so gut, aber ich bin die Schmerzen-Geräusche. Den soll ich jetzt wohin bringen? Da hat er. Das nochmal so. Open Zeichen. Wurde ich gar nicht brauche das hinzu. Äh, den Open Putzen haben, ja. Warum? Ich soll die. Du siehst. Ich soll die. Ich soll die. Ich soll die. Ich soll die. Das war's für heute. Was ist hier? 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 Dann laufen wir einfach jetzt mal irgendwie die 900 Meter einmal. Was ist hier? 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 Also Bären mitnehmen ist immer gut. Weil es da sehr gut geht. Wenn wir eine Kuh haben wollen, brauchen wir da so sehr viel Geld Ich habe wieder einen Nebel, ok, mal sehen So, jetzt habe ich noch drei, da höre ich erst mal Dann gehen wir mal weiter Dann gehen wir mal weiter Dann gehen wir an und ab... Musik ich würde mich abkaufen Ja, warte hier, woher muss das Geld auch kommen Musik Wir haben keinen Bock mehr hier, das ist nicht mehr zu tun, aber wir haben ihn zu tun. ich habe Okay, das können wir halt nicht ablehnen. Wir haben noch ein paar Stücker hier drin. Können wir eigentlich auch mal ablehnen. Nächste die Hälfte. Das geht auch voll durch den Hals. Wenn du nicht umkippst so. Der kann ich lange erleben, ja. Ich bleib zu stehen. Da ist eine Bux. Da ist eine Bux. Der kippt auch um. Von unserer Elf. Dass das so weit läuft das Ding. Hey, da folge dich noch mal. Körper, ey. Schau dir in den Dachs draufholt. Ich schweige Eintamme. Ja, doch, ja. Ich habe jetzt keinen. Sperrme, Leute! Geht doch! Meine Hütte hier! Halte Wasser! Da habe ich so einen blöden Sturm. Wo geht der hier? Wo? Wo leid ich das abliefern? Aber ja, irgendwie kommt man auch zu nix hier. Ich bin gleich da! Oh! Ja, da, da, da! Das komisch Holz geht hier bei mir. Hallo, ich bin da! Wer noch? Die war jetzt schon mal nicht. Du bist auch nicht. Ja, sieben, vier, drei, drei Meter, vier Meter, ja. Wo bist du denn jetzt? Hab ich gesagt, hier im Haus drin, na ja klar, steckt dich hier, du nimmel so. So geht doch, so, Hirschjagd und sammle Leder. Ja, jetzt klar, kann ich dir was verkaufen, aber was hast du denn jetzt schon jetzt hier? Eine Tasche brauche ich nicht, brauche ich auch nicht, jetzt brauche ich nicht. Äh, nein, nein, aber ich kann dir doch bestimmt was verkaufen, du willst doch bestimmt Fleisch haben. Wie sieht es aus mit Leder? Möchtest du Leder haben? Drei Stück. Ja, hier rührt halt die, die, die zockt mich ab, ey, ich schau mal die Wahl rein. Jetzt haben wir jetzt hier noch mehr, schweres. Ja, jetzt hab ich noch was. 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 Wann, ich hab noch bisschen Stroh? Ja, mach bisschen Stroh. Ja. Gut. Alles gleich hier. Ja, nepp. Okidoki, pupuki. Werb doch mal stehen, ich hab's doch nicht so eigentlich. Ich versuch das Shadow. Eigentlich bitte. Okidoki, was wollen die denn jetzt haben? Die wollen Hirsch? Kann ich ja wenigstens, äh, nein, das machen wir, ich würd sagen, das machen wir in der nächsten Folge. So, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lass mal einen Kommentar da, über einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Euer Philo.